Mein Name ist Emre und heute möchte ich euch gerne meine Geschichte erzählen. Ich bin heute 43 Jahre alt und habe wirklich sehr, sehr vieles in meinem Leben erlebt. Sehr viel Leid und ich werde euch heute mal ein bisschen in mein Leben eintauchen lassen und euch erzählen, was mir so passiert ist. Ich bin eigentlich sehr glücklich aufgewachsen. Meine Eltern waren wirklich tolle Eltern. Geschwister habe ich keine, ich bin ein Einzelkind. Ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne zurück an die Zeiten von früher. Morgens aufgestanden, meine Mutter hat mich zum Kindergarten gebracht. Meine Mutter hat mich vom Kindergarten abgeholt. Wir haben gemeinsam gegessen, mein Vater war auf der Arbeit. Abends ist mein Vater von der Arbeit, komme ich ein bisschen mit ihm noch gespielt. Oft saßen wir zusammen vom Fernseher, haben uns einen Film angeschaut zu dritt. Es war wirklich, wirklich eine wunderschöne Kindheit. Eine sehr, sehr schöne Kindheit, an die ich mich gerne zurückerinnere, bis zu meinem zehnten Lebensjahr. Meine Eltern haben damals, als ich acht Jahre alt war, haben sie ein Haus gebaut. Wir haben ein Haus gebaut, sind irgendwann eingezogen und es war total aufregend. Die ganzen neuen Zimmer, der neue Garten, der neue Garten, es war wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. Als ich zehn Jahre alt wurde, habe ich mitbekommen, dass mein Vater gekündigt wurde. Meine Mutter konnte nicht arbeiten. Sie war auch leider krank. Sie war krank und es ging nicht. Sie konnte nicht arbeiten gehen. Sie hatte Brustkrebs gehabt. Und mein Vater hat seine schlechte Laune an meine Mutter ausgelassen. Aber meine Mutter konnte ja nichts dafür. Mein Vater hat irgendwann angefangen, Alkohol zu trinken. Nicht jeden Tag, aber irgendwann wurde es so schlimm, dass er wirklich jeden Tag getrunken hat. Jeden Tag war Streit zu Hause. Jeden Tag haben sich meine Eltern gestritten. Meine Mutter hatte sowieso nicht die Kraft dafür. Sie hatte nicht die Kraft dafür. Sie war krank. Sie musste sich um mich kümmern. Sie ist trotzdem jeden Morgen aufgestanden, hat mich zum Kindergarten gebracht und hat mich abgeholt. Zur Schule gebracht, abgeholt. Und dann auch noch sich jeden Tag mit meinem Vater rumschlagen. Das war wirklich, das war manchmal wirklich zu viel für sie. Und das hat mir auch total leid getan. Ich war zwar erst zehn, aber mir waren die Hände gebunden. Ich habe immer zu meinem Vater gesagt, hör auf damit und so. Ich möchte nicht, dass ihr euch streitet. Bitte hört auf damit. Weil das macht die Psyche des Kindes natürlich auch irgendwann kaputt. Das bleibt irgendwo hängen. Irgendwann hat er angefangen, auch meine Mutter zu schlagen. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum macht er das? Warum schlägt er meine Mutter? Warum behandelt er meine Mutter so? Zweimal hat er auch mich geschlagen. Also es ist wirklich extrem eskaliert. Und dann kam dieser Tag. Das war der 18. August. Sitze ich mit meiner Mutter in der Küche. Wir sind am Essen. Mein Vater kommt nach Hause. Total besoffen. Er guckt meine Mutter an. Er sagt, wo ist mein Teller? Sie sagt, ich wusste ja nicht, dass du jetzt nach Hause kommst. Setz dich hin. Ich mache dir auch einen Teller fertig. Er sagt, nein, mein Teller hätte schon da sein müssen. Fängt direkt wieder an mit Streit. Meine Mutter sagt, komm, steh auf, Emre. Geh in dein Zimmer. Sie sagt zu ihm, setz dich hin. Ich mache dir einen Teller. Er sagt, nein. Will ich nicht. Und sagt Dinge zu ihr. Die kann ich hier gar nicht erwähnen. Er hat sie beschimpft. Er niedrigt. Er hat ihr wirklich alles genommen. Wirklich. Wirklich alles. Meine Mutter hat einfach runtergeschluckt. Hat gesagt, egal. Er ist schlecht drauf. Wir sind wahrscheinlich kurz davor, das Haus zu verlieren. Er wurde gekündigt. Er findet keine neue Arbeit. Ich bin krank. Ich kann ihn nicht unterstützen. All solche Dinge hat sie sich eingeredet. Ich weiß das ganz genau. Mein Vater dreht durch und packt sie an den Haaren. Und meine Mutter beschimpft ihn. Schäm dich. Was ist aus dir geworden? Was bist du für ein Sheriff, Sis? Und er dreht noch mehr durch. Ich bin ein Sheriff, Sis. Ja, ja, ein Ehrenloser. Er zieht ein Messer und sticht auf meine Mutter ein. Wie oft? Kann ich euch nicht sagen. Viel zu oft. Viel zu oft. Zu dem Zeitpunkt bin ich zwölf. Meine Mutter fängt an zu schreien bei den ersten Stichen. Und mit jedem weiteren Stich wurde sie leiser. Ruhiger. Hat irgendwann gar nicht mehr geschrien. Irgendwann war sie komplett ruhig. Ich stehe da. Total erstarrt. Er mit diesem Messer in der Hand. Wie so ein Monster. Das Messer voller Blut. Meine Mutter liegt auf dem Boden. Regungslos. Er dreht sich um. Er guckt mich an. Er sagt ein Wort von dir und du bist der nächste. Und ich fange an zu zittern. Ich habe so Angst. Ich weiß nicht, ob ich zu meiner Mutter rennen soll. Nicht rennen soll. Irgendwann dreht er sich um und geht. Macht die Haustür auf und geht raus. Ich gehe zu meiner Mutter. Ich schreie richtig laut in ihr. Mama, Mama, bitte steh auf. Ich flehe dich an, steh auf. Bitte rede mit mir. Und sie guckt mich an. Augen halb zu. Tränen in den Augen. Und ich habe in ihren Augen gesehen, wie langsam, langsam die Seele aus ihrem Körper rausgegangen ist. Ich schwöre es euch. Ich habe es richtig gesehen, wie langsam dieser Körper stirbt. Und irgendwann war dieser Blick einfach nur noch so kalt. kalt. Ich weiß nicht, ob sie mich noch gesehen hat. Weiß ich nicht. Aber meine Mutter ist an diesem Tag verstorben. Mein Vater kam in den Knast. Dieses Schwein kam nicht mal lebenslänglich in den Knast. Er war alkoholisiert und so rechnungsfähig und keine Ahnung was und hat acht Jahre dafür gekriegt. Acht Jahre. Und ich denke mir, schon als kleines Kind damals, das ist doch nicht wahr. Ich kam in ein Kinderheim. Ich durfte, ich wurde mit zwei Frauen vom Jugendamt zur Beerdigung von meiner Mutter. Meine Mutter liegt in diesem Sarg. Ich bin alleine. Zwei Frauen, zwei wilde Frauen, die ich nicht kenne, die sind mit mir. Und ich stehe da und weine. Viele auf dem Friedhof haben geweint, aber nicht wegen meiner Mutter. Sie haben geweint, weil sie mich gesehen haben, wie ich da weine und wie sehr ich leide. Mein Vater im Knast, meine Mutter in diesem Sarg und ich stehe da als Zwölfjähriger hilflos und habe niemanden. Meine Verwandten wollten mich auch nicht haben. Niemand wollte mich haben. Oma, Opa hatte ich auch nicht mehr. Kein Onkel hat sich bereit erklärt, mich zu sich zu nehmen. Keine Tante hat sich bereit erklärt, mich zu sich zu nehmen. Wirklich niemand. Eine katastrophale Situation. Wenn du von jetzt auf gleich aus diesem Leben gerissen wirst, nicht mehr weißt, wohin. Und auch wenn du weißt, wohin, du hast keine Macht, selber darüber zu entscheiden, wohin du kommst. Du bist zwölf Jahre alt. Ich bin im Kinderheim. Ich bin lange wach. Sehr lange wach. Ich bin in Therapie. Jeden Mittwoch muss ich zur Therapie, weil ich psychische Probleme habe. Das Schreien meiner Mutter nicht mehr aus meinem Ohr geht. Und dieses Blut und dieser Blick, das alles zu sehen, das wünsche ich nicht mal in meinem schlimmsten Feind. Warum hast du diesen Menschen genommen, den ich so sehr liebe? Warum hast du mir das angetan? Habe ich mich oft gefragt. Warum? Hast du nicht eine Sekunde an mich gedacht, wie es mir geht? Hast du nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, was aus mir wird? Hast du nicht damals gesehen, dass deine Brüder nicht für dich da waren? Beim Hausbau, wo wir ein Problem gesteckt haben, wie sie dich alle fallen gelassen haben. Hast du wirklich gedacht, sie würden mich bei sich aufnehmen und würden mich großziehen, bis ich irgendwann 18, 19, 20 bin und auf eigenem Bein stehen kann? War dir das alles nicht bewusst? Diese ganzen Fragen habe ich mir gestellt. Diese ganzen Fragen. Und von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, wuchs die Wut immer mehr. Immer mehr. Es kam ihr Geburtstag. Es kam ihr Sterbetag. Es kam der Tag, wo sie beerdigt wurde. Es kam mein Geburtstag. Und immer, wenn mein Geburtstag war, ihr Geburtstag war, habe ich immer an diese Geburtstage gedacht, wo wir zusammen waren. Wo wir gegrillt haben draußen, Happy Birthday gesungen haben, gegessen haben, getrunken haben zusammen, glücklich waren. Ich ein Geschenk gekriegt habe, sie ein Geschenk bekommen hat von meinem Vater. Mein Vater, wenn er Geburtstag hatte, genau das Gleiche. Wir waren so eine richtig kleine, süße Familie. Mutter, Vater, Kind. Aber die Therapie hat nichts gebracht. Ich kam auf Gedanken, auf die sollte ein 12-, 13-, 14-Jähriger niemals kommen. Niemals. Ich hatte eine Wut in mir, die war nicht mehr normal. Ich habe darüber nachgedacht. Erstens hatte meine Mutter Krebs. Meiner Mutter ging es nicht gut. Du hast meine Mutter geschlagen. Du hast meine Psyche geballert. Du hast sie vor meinen Augen hingerichtet. Und jetzt verrecke ich hier in einem Kinderheim. Und an dem Tag habe ich mir geschworen, wenn du, kleiner Hund, aus dem Knast kommst, wirst du dafür bezahlen. Du wirst dafür bezahlen. Zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, war ich zwölf Jahre alt. Mit 19,5 kam er raus. Und ich habe jeden Tag darauf gewartet. Jeden gottverdammten Tag habe ich darauf gewartet, dass er aus dem Knast kommt. Ich habe irgendwann mitgekriegt, dass er aus dem Knast rausgekommen ist. Meine Onkels, meine Tanten und so. Niemand hat sich um mich gekümmert. Niemand hat nach mir gefragt. Die ganze Zeit und die ganzen Jahre im Kinderheim hat sich niemand um mich gekümmert. Wirklich gar keiner. Ein paar Mal hat er sogar mit dem Jugendamt gesprochen, dass er mich sehen will. Ich habe abgelehnt. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir werden uns noch sehen. Der Tag wird kommen, wo wir uns sehen werden. Und dann werde ich dir in die Augen schauen und werde dir ein paar Dinge sagen. Irgendwann bekomme ich mit, er ist rausgekommen. Mein Leben ist im Bach untergegangen. Ich habe auch keine Ausbildung gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Für wen und für was? Ich habe eine Einzimmerwohnung irgendwann gemietet. Ich kam aus dem Kinderheim raus. Ich habe mein Leben gelebt und habe mich vorbereitet. Ich habe mich vorbereitet, weil ich wusste, dieser Mann wird irgendwann vor mir stehen und wird mich um Vergebung bitten. Aber das geht nicht. Kann ich nicht. Jedes Mal, wenn ich über den Friedhof laufe, vom Tor, vom Eingang bis zum Grab meiner Mutter, diese 40 Meter, 30 Meter bis dahin, jeder Schritt ist ein Schmerz. Jeder Schritt ist ein Stich ins Herz. Jeder Schritt ist, es ist so qualvoll, der Seele. das kann man sich gar nicht vorstellen. Oft saß ich auch an ihrem Grab, habe ihr gesagt, mach dir keine Sorgen um mich, mir geht es gut. Ich bin hier. Mutterliebe ist echt etwas, etwas sehr, 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 sehr wertvolles. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste Rache nehmen. Ich musste. Ich konnte nicht anders. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe keinen Menschen, der mich liebt. Wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn du keinen Menschen hast in deinem Leben, der dich liebt, der sagt, hey, ich bin für dich da, hey, brauchst du was? Hatte ich nicht. Ich hatte wirklich, wirklich, werde ich sagen, niemanden, niemanden. Wie gesagt, er kam aus dem Knast, ein paar Monate verging. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er irgendwann irgendein Zeichen von sich gibt. Ich wollte mich auch nicht auf die Suche machen, weil ich wusste, der Tag wird irgendwann kommen. Irgendwann wird der Tag kommen, wo wir uns gegenüberstehen. Ein paar Monate vergehen, ich kriege einen Anruf von einer Nummer, die ich nicht kenne. Ich gehe ran. Hallo Emre, wie geht es dir? Was machst du? Was gibt es Neues? Wo bist du? Es war mein Onkel, sein Bruder. Ich sage zu ihm, was soll es denn geben? Es gibt gar nichts. Ich bin zu Hause, ich habe mir gerade was zu essen bestellt, ich bin am chillen. Ich sage zu ihm, was kann ich denn für dich tun, Onkel? Ich tue einen auch respektvoll noch vor ihn und sage, was kann ich für dich tun, Onkel? Er sagt, du kannst dir wahrscheinlich denken, warum ich dich anrufe. Ich habe zu ihm gesagt, ja, eigentlich kann ich mir das denken. Mein Vater ist aus dem Knast, kommt vor ein paar Monaten. Er sagt, ja, richtig, er will dich sehen. Ich sage zu ihm, wo will er mich sehen? Wann will er mich sehen? Was will er eigentlich von mir? Warum will er mit mir reden? Worüber will er mit mir reden? Was will er mir sagen? Dass es ihm leid tut? Das glaube ich ihm nicht. Will er die Zeit zurückdrehen und meine Mutter wiederholen? Kann er nicht. Kann er mir meinen Schmerz nehmen? Kann er auch nicht. Was will dieser Mann von mir? Was will er? Er will dich wiedersehen. Du bist ja sein Sohn. Du bist trotzdem sein Sohn. Egal was passiert. Er versucht mich zu überzeugen. Da habe ich zu ihm gesagt, guck mal, bei allem nötigen Respekt, du bist älter als ich. Aber was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Ich bin dein Neffe? Bin ich dein Neffe? Er sagt, ja. Ich habe gesagt, ich war zwölf Jahre alt. Bis 17 Jahren war ich im Kinderheim. Fünf Jahre. Hast du an meinem Geburtstag mich angerufen? Hast du an Weihnachten mich angerufen? Hast du mich angerufen, wenn es mir mal nicht gut ging? Hast du mich mal angerufen, wenn ich nachts im Bett lag und mein Kissen nass war durch meine Tränen? Hast du mich da einmal angerufen und gefragt, wie es mir geht? Und jetzt rufst du mich an, weil dein Bruder aus dem Knast kommst und mich sehen will? Aber kein Problem. Kann er haben. Kann er haben. Er sagt, wirklich? Ich habe gesagt, ja, wirklich. Er sagt, wie kommt es? Ich habe gesagt, guck mal. Im Endeffekt, er ist und er bleibt mein Vater. Ich weiß, dass er damals gekündigt wurde, das Haus nicht mehr stemmen konnte, Alkohol getrunken hat, seine Psyche am Arsch war und ich weiß, dass er das auch irgendwo nicht wollte, weil er meine Mutter geliebt hat. Er sagt, echt? Ich sage, ja, echt. Er sagt, okay, dann, wann hast du Zeit? Ich habe gesagt, ich habe immer Zeit. Er sagt, wollen wir uns irgendwie in der Stadt treffen? Ich habe gesagt, wir können uns in der Stadt treffen. Wo denn? Er sagt, ja, da und da, bei diesem Eiskaffee. Ich habe gesagt, okay. Wann? Er sagt, morgen? Okay, wie spät morgen? 14 Uhr, 15 Uhr? Ich sage, ja, passt. Ich bin zu Hause. Machen wir. Ich liege die ganze Nacht im Bett und denke mir, okay, morgen ist der Tag. Morgen siehst du dieses Ungeheuer wieder. Wie wirst du damit umgehen? Wie wird er dich angucken? Wie ist es überhaupt, ihn jetzt nach so vielen Jahren wiederzusehen? Was wird er mir sagen? Wird er weinen? Wird er Reue zeigen? Wird er hart tun? Ich bin aufgeregt. Ich bin ehrlich, ich bin aufgeregt. Ich hatte mir schon ein, zwei Jahre vorher eine Knarre besorgt gehabt. Ich sage euch ehrlich. Oft habe ich mit diesen Gedanken gespielt, soll ich ihn das wirklich antun? Ihnen das so leicht machen? Ihnen einfach einen Schuss geben und er ist tot und er ist befreit von diesem Leid? Eigentlich ist es doch besser, wenn er lebt. Eigentlich ist es doch besser, wenn er lebt und ich nicht mehr in seinem Leben bin und er wirklich leidet. Wenn er in 20 Jahren gefragt wird, hast du Kinder? Er sagt, ja, ich habe einen Sohn, aber ich habe keinen Kontakt mit ihm. Das wird ihn doch ballern, das wird ihn auseinandernehmen. Auf jeden Fall, nächster Tag kam, ich habe mich angezogen, ich bin ins Auto gestiegen, bin in die Stadt gefahren und laufe. und ich sehe von Weitem zwei Männer bei diesem Eiskaffee sitzen, meinen Onkel, habe ich direkt erkannt und den anderen, ich wusste, dass er das ist. Die sitzen da, ich setze mich an den Tisch, die wollten gerade aufstehen, ich habe gesagt, nein, bleibt sitzen. Bleibt sitzen. Ich möchte auch nicht, dass ihr mir die Hand gibt oder sonstiges. Ich bin jetzt hier, erzähl. Er sagt, wie geht es dir erstmal? Ich habe gesagt, das ist dir egal, wie es mir geht. Nächste Frage, er sagt, es tut mir leid, das hätte alles nicht passieren sollen. Ich habe sehr viel Zeit darüber, sehr viel darüber nachgedacht, ich habe sehr viel Zeit gehabt. Ich so, okay, und was hat meine Mutter an diesem Tag gemacht, dass du so durchgedreht bist? Er sagt, sie hat mir mein Essen nicht fertig gemacht. sie hat dir dein Essen nicht fertig gemacht. Er sagt, ja, schon deswegen bist du durchgedreht und das rechtfertigt, dass du sie umgebracht hast. Er sagt, nein, nein, so meinte ich das gar nicht. Du bist deswegen durchgedreht und willst mir sagen, das rechtfertigt, den Mord an meine Mutter. Er sagt, nein, so meinte ich das nicht, beruhigt dich. Ich habe gesagt, guck mal, hör mal zu. Was willst du? Warum willst du, dass ich mit dir hier an einem Tisch sitze? Was willst du? Was? Dass du und ich Vater-Sohn spielen? Dass ich dich respektiere als mein Vater? Hast du das vergessen, was du getan hast? Meine Mutter wäre wahrscheinlich so oder so gestorben, du Hund. Er sagt, du bist ein Hund, hab mal ein bisschen mehr Respekt, ich bin dein Vater. Ich so, du bist mein Vater, du kleiner, dreckiger, ich nehme meine Knarre, du dreckiger, durchgeladen, bam, 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 ganze Magazin auf seinen Körper. Und jetzt verreckt, du Ratte, du Stück, du dreckiger, du, ich gucke seinem Bruder nicht so ein falsches Wort von dir, du hast sofort eine Kugel im Kopf, du Hund. Ich habe mich wieder hingesetzt. Ich habe nichts zu verlieren. Gar nichts. Nichts. Polizei kommt, die Knarre liegt auf dem Tisch. Ich mache meine Hände nach hinten. Polizei nimmt mich fest. Es kommt zu einer Gerichtsverhandlung. Ich habe nicht lebenslänglich gekriegt. Ich kam auch nicht in den Knast. Meine Anwälte haben Psychiatrie gefordert. Acht Jahre. Weil ich hatte psychische Probleme. Ich war auch in der Psychiatrie. Ich war auch in Therapie. Ich war auch dies und das. Ich habe alles Mögliche in diesen acht, neun Jahren habe ich durchgemacht. 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 Du hast gesehen, ich habe psychische Probleme. Du hast mich angesehen, du hast gesehen, ich habe psychische Probleme. Ich kam acht Jahre in die Psychiatrie und meiner geliebten Mutter habe ich nicht einen Tag davon bereut. Und ich würde es immer wieder tun. Was ich euch mit meiner Geschichte sagen möchte ist, der Alkohol hat dafür gesorgt, dass mein Vater seinen Verstand verliert und einfach auf meine wehrlose Mutter raufgegangen ist. Der Alkohol, die Probleme, die er nicht stemmen konnte, aber es gibt eine Person in meinem Leben, die mal zu mir gesagt hat, es gibt Probleme, die kann man mit Papier lösen. Mit Geld. Wenn du Probleme hast, die du mit diesem Papier lösen kannst, dann sei froh. Es gibt aber Probleme, die kannst du mit keinem Geld dieser Welt lösen. Und bei meinem Vater war das so. Es war nur ein Geldproblem. Ein verdammtes Geldproblem. Und er hätte es regeln können. Er hätte irgendwo neu arbeiten können. Er hätte irgendwas machen können. Aber nein, er hat den Kopf in den Sand gesteckt, hat Alkohol getrunken, bis zur Bewusstlosigkeit, ist auf meine Mutter raufgegangen, auf meine wehrlose Mutter, hat unzählige Mal auf sie eingestochen. Ich kam ins Kinderheim. Ich kam in die Psychiatrie. Ich war in Behandlung, Therapie und alles Mögliche und war komplett auf mich allein gestellt. Und das alles wegen solchen Problemen und wegen Alkohol. Heute bin ich 43, knapp 44 Jahre alt. Glücklich bin ich nicht. Glücklich bin ich überhaupt nicht. Ich habe euch am Anfang meiner Geschichte erzählt, dass ich eine wunderschöne Kindheit hatte. Beide Elternteile da. Alle glücklich. Ich erinnere mich oft an diese schönen Tage. Aber heute denke ich auch noch oft an diesen Tag, wo meine Mutter mit ihrer letzten Kraft noch vielleicht ihre Augen aufgehalten hat, um mich anzusehen. Dann den Tag, wo ich meinen Vater erschossen habe. Es hätte alles, alles, alles anders kommen können. Wirklich alles. Aber nicht jeder hat dieses Glück, glücklich aufzuwachsen. Aber oft liegt es an einem selbst. Und deswegen, ich weiß, dass auch viele junge Menschen sich diese Videos anschauen. Und Gott sei Dank ist auch hier alles anonym. Es werden hier keine Namen genannt. Auch Städte werden verändert. Alles Mögliche wird verändert. Wenn dein Vater so ein Problem hat, ein Alkoholproblem, ein Drogenproblem, zeig ihm dieses Video hier. Zeig ihm, was mit einem Kind passiert, wenn die Mutter stirbt, ermordet wird und der Vater in den Knast kommt. Zeig ihm dieses Video. Vielleicht schmeißt er gleich noch die volle Flasche weg, die er sich gerade gekauft hat. Ich hoffe es und ich bete dafür. Und dafür ist dieser Kanal da, um solchen Menschen die Augen zu öffnen, damit Elternteile und auch Kinder weniger Leid ertragen müssen. Das ist unser Ziel mit diesem Kanal hier. Und wir sind am Ende unserer Story angekommen. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euren täglichen Support. Abonnier gerne den Kanal. Lass immer schön ein Like und ein Kommentar, damit so viele Menschen wie möglich dieses Video hier sehen. Und es kostet euch auch nichts, Cousins und Cousinen. Folgt mir und mein Bramilio auf Insta. Ganz wichtig, nicht vergessen. Und das war es heute von mir. Ich hoffe die Story was heißt gefallen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Cousins, so es war jetzt keine schöne Geschichte, aber ja gut, alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Saeed Ibrahim.